Alle Extra-Demanden gefunden, oder? 7 Brain. Weiß ich nicht. Also, wir haben in dem Level Mr. 1 gefunden. Ja, darf ich jetzt... Du machst immer den Knopf kaputt. Ich bin gerade im... Ich war gerade im Nichts. Ich war gerade im Nichts. So, 7 Brain. Das wird total scheiße. LOL. Ach du Scheiße. Ah, wo? Ich hab die Kiste gesehen. Wo? Ich nicht. Direkt ganz oben. Nein, ich hab... Ich bin wieder im Anfangsraum. Direkt ganz oben. Ja, aber das schafft... Wir müssen einmal komplett durchfliegen. Alter, die Nervenzellen sehen so gut aus. Also, die denn dritten? Ah, ich hab die Kiste auch gesehen. Es ist echt schwer. Wesentlich schwerer als das Grüne am Anfang. Ich schau jetzt mal zum Knopf. Ah, ah, ja. Jetzt. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, ja. Wow. Nein, ich bin daneben geflogen. Ich bin da... Ich hab's geschafft, aber ich bin daneben geflogen. Hä? Siehst du das Wasser? Ich seh da kein Wasser irgendwie. Unten ist so eine viereckige Insel, auf der du landen musst. In welch Richtung musst du mal schauen? Weiß ich nicht. Ah, so linksisch. Linksisch, glaub ich. Linksisch. Nein? Linksisch. Also, was... Links vom... Links vom grauen Knopf, glaub ich. Hä? Äh, nee, doch nicht. Das passt nicht. Nee, da fliegt's ja voll in die Mitte. Ich glaub, ich fliege jetzt mal rechts vom grauen Knopf. Hast du gedrückt? Ja. Nicht zum Roten, das war's nicht. Dann schau ich nach vorne. Ah ja, das sieht gut aus. Fuck, das war fast perfekt. Muss noch, glaub ich, ein bisschen weiter. So, so in die Richtung. Nein, nein. Hab ich in die falsche Richtung? Ja, ja! Geschafft. In welcher Richtung hast du jetzt geschaut? In die Ecke neben dem roten Knopf, die nichts zum grauen Knopf zeigt. Ah ja, ich seh's. Ja! Ich hab irgendwas... Wo bin ich denn jetzt? Du bist richtig. Aber warum wird dich jetzt so langsam gefallen zum Schluss? Weil da unsichtbares Wasser ist. Aha. Fuck, fuck, fuck! Huuuuh! Huuuuh! Au! Okay. Nicht wieder alles runter, nicht wieder alles runter! Ich glaub, wenn du's nicht schaffst, oben zu bleiben, dann bist du tot. Also dann schaffst du's sowieso nicht mehr. Ah, da oben sind Spinnweben, ich weiß, wo wir hin müssen. Weißt, wo du durchspringen musst? Ja, und ich weiß auch, wo ich hinspringen muss. Alter. Alter. Hä, wenn ich das Ding drücke... Ja, danke, dass ich wieder oben irgendwo gegenkomme. Ich fliege voll gegen das Wasser. Oh, da ist ein Spinnweben! Ich bin im Spinnweben gelandet! Ja, da will ich aufhören, eigentlich. Lol. Das war aber mehr oder weniger Glück von mir. Oh, Sprungkraft ist weg, danke. Weißt du was? Hast du den Diamanten? Ja, ich bin auch nicht Spinnweben. Wo muss ich jetzt hin? Ah, ja, hier. Ha. I'm the Meister of Falling! Ich bin gleich tot. Hast du den Diamanten jetzt schon? Ja, ja. Ich bin schon runtergefallen. Oh, du Mongo. Okay, dann falle ich jetzt auch wieder runter. Aber ich hab's geschafft. Jetzt komm, lass mich runter. So. Oh, ist der Knopf. Warte, wie viele Diamanten hast du bisher? Einen. Okay, ich hab sechs, glaub ich, passt das? Nee, ich muss eigentlich sieben haben. Warte mal kurz. Nee, sechs passt schon. Nee, passt schon. Wir haben sieben beendet. Wir sind jetzt Level 8 Dimension Jumper. Gut, das schaffen wir noch, komm. Hey, du blockierst den Knopf. Ja, du hast... Okay, warte. Wie fast? Äh, okay. Müssen wir da durchrennen? Fuck! Ach, du Scheiße. Hä? Uh, ah! Hä? Hä? Vielleicht hast du dir nicht gefallen. Ich auch. Hast du dir nicht gefallen. Okay. Wuuuuh! Ach, willst du mich verarschen? Weee! Weee! What the shit? Fuck! Ah! Komm, Kill drücken. Hä? Ich bin noch im Leben. Ich wette, hier ist irgendwo die Kiste. Aber egal. Dürfen wir den Befehl Kill benutzen oder nicht? Nein! Ich glaube nicht. Nee, das ist eine Regel, die wir uns selber machen. Ich laufe jetzt mal auf dem Weißen lang. Fuck! Ich wollte zumindest auf dem Weißen lang. Ich bin auf dem Weißen, aber ich bin... Ah, fuck! Ich bin einfach zu schnell. Ja. Bin auch vom Weißen wieder runtergefahren. Oh! Oh! Da ist die Kiste! Ah, ich hab die Kiste gesehen! Auf welchem Strang? Ganz am Anfang auf dem grünen, glaube ich. Links! Ich will es erst mal schaffen. Ich hol mir die Kiste. Fuck! Ah, ist... Nein, ich bin genau durchgesprungen! Ihr habt es gesehen. Ihr seid meine Zeugen. Oder ihr habt es nicht gesehen, wenn ihr es nicht anschaut, aber... Ihr seid trotzdem dann meine Zeugen. Ich hab die Kiste! Echt, hast du? Diamond, ja. Und er ist in der Endart. Ich hab's geschafft! Ja, ich schau mal, ob ich es jetzt auch schaffe. Ich hab jetzt schon mal den Diamant. Okay, jetzt muss ich nur noch das Lappen schaffen. Das sieht so geil aus. Oh! Nein, 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 nein! Ei, wirklich! Ja, lass mich sterben jetzt. Tod, so. Mach auch meine Chance auf groß. Hä? Was ist einfach ganz langsam? Da hinten kommt der! Okay, nicht langsam. Langsam ist falsch. Oh, scheiße! Du bist zu weit weg für 16 Chunks. Du bist schlecht. Hä, ich hab keine 16 Chunks. Ich hab 16 Chunks an. Nein! Das ist daneben gesprungen. Oh, nicht mal gestorben, Leute. Lasst mich doch sterben. Okay. Ah, deswegen muss man fast sein. Ah. Also, wenn du Trank nicht mehr hast, dann kannst du es gleich vergessen, übrigens. Ich komm nicht mehr mehr über den Zaun. Jetzt halt. Und go. Und go. Und go. Und ja. Und ja. Ja, geschafft. Geschafft. Alter. Wo bist du denn? Ich bin zu schnell für die zweite Chunk. Irgendwo musst du auch aufpassen. Du kannst nämlich in der Mitte durchfallen. Sobald das mehrere Plattformen werden. Ich bin so leid. Ich bin so leid. Können wir den mal suchen. Okay. Wenn du mich siehst. Ah, da bist du. Aufgepasst. Gleich. Weiter, weiter, weiter. Da darfst du jetzt nicht in der Mitte abspringen gleich. Nein. Was war denn das? Er ist so hektisch. Wie lange hält denn der Trank? Hat man genug Zeit? Ja, ich hatte noch zwölf Sekunden. Okay, dann machst du es lieber mal tendenziell eher zu langsam. Okay. Ja, da darfst du noch. Und ab jetzt kannst du zwischendurch fallen. Was war denn das schon wieder? Genau an der gleichen Stelle. Ach Gott, die Stelle, die schaffe ich irgendwie. So. Okay. Okay. Jetzt wieder ein bisschen langsamer. Die Stelle hast du ja schon mal ganz gut raus. Hä? Die Stelle, da hast du ja schon ganz gut raus. Ja. Nein. Fuck. Jetzt ist mein ganzer schöner, halb aufgeholtes Ding von dir wieder weg. 25. Die Hälfte von mir hast du mehr. Nein. Nein, 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 nein. Oh, komm. Geht's ja nicht. Wo bist du? Wo? Okay, warte mal, ich setz mich mal. So, da muss ich mich nämlich nicht mehr bewegen und ich kann immer noch kommentieren. Weil das sowieso nicht weiter schafft. Pick dich. Pick dich. Och, komm, das gibt's ja nicht. Ich hasse sowas. 78, Alex. Nein, bitte. Alter. Ihr habt keine Lust mehr. Okay, jetzt aber jetzt konzentriere ich mich. So, alles laden lassen und los. So, ich seh dich. Da bist du, da bist du. Komm, jetzt gleich nicht verkacken, komm. Okay, da. Jawohl, genau durch den Stahl. Das so macht, dass der Profi. Hey, ich bin über dir. Das schaffe ich mittlerweile. Da ist er, da ist er. Er fällt drücken. Nicht, ja. Und nochmal zurück. Ja, voll. Wenn man einmal ins Schlingern kommt, du. Deswegen bin ich auch nicht geschlingert. Warum sollte man auch schlingern? Hey, was war das denn? Ah, da ist die Truhe. Für alle, die es wissen wollen, da ist die Truhe. Da war er da. Aber den C hab ich ja schon ganz am Anfang. Das war ein leichter Teil von dem Level. Das Problem liegt jetzt im zweiten Teil. Scheiße, du hast wirklich alles aufgesammelt. Na, ich hätte es sowieso nicht nehmen dürfen. Ich bin jetzt im Game-Mode. Oh, Mann. Komm, ich renne mal mit dir mit. Die Presse. So. Ui. Also, ich find's am einfachsten, wenn man alles in einem macht. Ne, ich mach's jetzt immer in mehreren gerade. Uuu. Ja, 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 ja. Boah, jetzt kannst du eigentlich nicht mehr verkacken. Ich kann alles an. Scheiße, wie hab ich das denn geschafft? Komm, ich renne dir noch mal hinterher. Du fällst sowieso runter. Nein, ich renne. Wie soll ich hab' ich? Wie soll ich hab' ich? Ja, ich seh's. Du bist noch am Rennen. Aber nur noch gerade so. Das wird schwer. Also, wenn du es jetzt noch verkackst, dann bist du schlecht. Ich schaff' das. Ich schaff' das. Ja. Aufgepasst. Ja. Oh. Oh Gott. Jawoll. Oh Mann, alter Schwede. Scheiße. Falsch. Wir haben das letzte geschafft. Okay, jetzt Level. Das ist ganz am Anfang. Ah, jetzt müssen wir am Anfang. Scheiße, stimmt. Nachts. Sag Bescheid, wenn du dich te... Ja, ja. Ich hab dich getötet. Warte. Beetlejuice, okay. Okay. Irgendwas mit Käfern. Käfer, Atropode, Insekt, was auch... Wuss. Ich hab' einen Schnippelkuss. Oh. Oh, scheiße. Uh. Warten. Okay. Also, das war nicht so wie geplant. Ich dachte, man muss einfach wieder durch die Mitte durchfallen irgendwie. Ich auch. Nee, ich freu' mich. Fuck, ich bin... Ah, ah, drück! Ja. Man muss sich direkt für eine Richtung entscheiden, hab' ich so das Gefühl. Ja. Gut, dann... Ich glaub, man muss zum Schalter schauen. Nee, es gibt vier Möglichkeiten. Ja, ich geh jetzt in die Richtung. Ja, komm schon! Man muss ununterbrochen geradeaus drücken, glaub' ich. Ja. Man muss einfach nur sich... Man muss am Anfang stellen in die richtige Richtung und dann nur geradeaus. Und los! Ich bin schon am Fallen. Nein, es passt jetzt nicht. Nicht die ganze Zeit geradeaus drücken. Ah, ja, ich bin jetzt zu weit geflogen gerade. Ja, ich auch. Komm. Da darf ich irgendwo nicht gegenfliegen. Nein, 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 nicht zurückfliegen! Nein! Oh, so knapp ich war... Beim Letzten bin ich hängen geblieben. Ich auch, ich bin jetzt wieder zurückgesteuert. Irgendwann immer, ich flieg' zu weit. Oh, komm, jetzt aber... Ja, ich bin geil! Hast du geschafft? Ja. Warum würd' ich sonst sagen, ich bin geil? Weiß ich nicht. Vielleicht so'n Anfall. Muss ich mit... Du denkst echt, ich muss mich so se... so'n Cheerleader für mich sein, so. Oh, wo ist das Bonn? Passt, die Kisse schon? Fuck! Fuck! Was? Ähm... Wir müssen in ein bestimmtes Loch fallen, damit wir, ähm... damit wir noch mal hochspringen können. In welches Loch? Das weiß ich nicht. Warte! Ich glaub', ich mach' nochmal Kill. Gut. Jetzt... Und zwar, wenn ich... Ich nehm' jetzt mal das Links. Äh, du musst hier zum roten Schalter schauen, glaub' ich. Also das Links-Hinter, oder was? Zum roten Schalter einfach. Also ich bin jetzt im Wasser. Ja. Ah, ich seh' den Knopf. Ja, zum roten Knopf springen. Zum roten Knopf. Okay, warte, dann. Einfach Kill machen. Kill. Ja, genau. Ich war ein noch zwei... Ja, ja. Ja, stimmt. Nein. Hä, warum ging das denn jetzt bitte wieder nicht? What? Nein, nein, nicht sterben. Nachtsichtresistenz und... Shit. Fuck! Lol. Okay. Du dürftest gleich an mir... Ach, egal. So. Och, komm, ich hab's doch ins Loch daneben geschafft. Jetzt werd ich doch in das Loch auch schaffen. Das hier müsste schwarzes... Nein, ist es nicht. Ja! Ja! Ja, ins Richtige. Also, das heißt, wir müssen mehr als zwei Dinger hoch, weil ich jetzt in einem da drüber alles abgesucht hab. Hä, warum bleib ich da immer hängen? Oh, hat die Minecraft... Ah, 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 ja, 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 nein. Ah, shit. Was ist das Wichtigste aus? Weil du keinen Nachtsichttrank mehr hast. Nein, shit. Fuck, den will ich jetzt aber irgendwie bekommen. Ich seh sie, ich seh die Kiste. Echt? Wo? Warte. Ich bin in der richtigen Ebene. Okay, jetzt kommen wieder meine berühmt-berichteten Jump-1-Skills. Jawoll! Geschafft, ich bin bei der Kiste. Echt? Dann tippe ich mich mal zu... Warte, mach ich mal Game Mode an. Weil jetzt haben wir es ja schon. Ich will nur wissen, wo sie ist. Wo ist sie denn? Äh, welches Loch warst du denn? Hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Hier, ich seh dich. Ich seh dich. Also, ich hab die schon in die Enderzelt. Und die Halle, da, hau mir da, habe die, habe da und ins Wasser rein. Ihr kommt. Also, ihr habt alle gesehen, wo es ist. Und jetzt muss ich zum Blauen gehen. Ah, ja, hier. Ja. Sehr schön. Hui. Dann, das Nächste war gar nicht so schlecht. Ey, warte, warte doch einfach. Ich bin schon wieder in einem Nichts. Oh, ja, du hast den Knopf... Ich bin wieder im Nichts gefangen. Yeah, das coole Nichts. Okay, ich steh mal auf dem Grüne. Warte kurz, ich bin im Nichts gefangen. Ich bin gerade auf dem Weg zur Haupthalle, glaube ich. Ich bin gerade richtig fett am Fallen, glaube ich. Hä, nee. Ich muss mich leider killen. Ah, mein Mikro ist nach oben abgehauen. Ich bin jeiter. Es ist mir leid. Ich bin jeiter. Ich bin jeiter. Ich bin jeiter.